Musik Die Klappe unterscheidet sich von anderen Wettbewerben insofern, dass wir eine sehr interessante zusammengestellte Jury haben. Es ist die Presse mit eingebunden, es sind Unternehmen mit eingebunden. Es ist im Prinzip eine 360-Grad-Beleuchtung. Die Klappe fokussiert natürlich auf Bewegtbild. Das Medium, das am meisten Spaß macht. Es gibt kaum eine Kategorie, in der ich Menschen mehr berühren kann. Awards sind immer eine tolle Anerkennung für die Arbeit, die man gemacht hat. Das ist quasi eine Währung, in der wir gemessen werden. Es ist einfach schön, einen Überblick zu bekommen. Es inspiriert, es bringt neue Anregungen. Es sind am Ende die Menschen und die Art und Weise, wie diskutiert wird und wie bewertet wird, die diesen Award so erfolgreich und wertvoll machen. Wille auch ein paar Wettbewerben. Das ist ein paar Wettbewerben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.